Wissen Sie, was eine Kaffeeklappe ist? In Norddeutschland werden so Imbissbuben bezeichnet. Davon gab es im Hamburger Hafen früher so viele wie Sand am Elbstrand. Übrig geblieben ist inzwischen nur noch eine einzige. Und die ist dadurch zu einer echten Institution unter den hungrigen Dock- und Lagerarbeitern geworden. Neben Kaffee und herzhaften Frikadellen gehen dort auch herzliche Worte über den Tresen. Und zwar egal, welche Stunde es geschlagen hat. Grund genug für uns, auch mal in Odos Kaffeeklappe einzukehren. Christiane Strauß war auf Stippvisite. Drei Uhr morgens im Hamburger Hafen. Während der Rest der Stadt noch schläft, gibt es einen kleinen Container, in dem schon einiges los ist. Moin, ich nehme einen Tresen und einen Braten. Muss da noch irgendwas drauf? Nö, nö, nö. Alles gut. Jawohl, Punkt. Sehr gut. Danke sehr. Tschüss. Bereits seit zwei Stunden finden hier Kartoffelsalat, Kaffee, Kippen und Co. im Minutentakt begeisterte Abnehmer. Im Hafen ist eben vieles anders. Da wird die Nacht zum Tag und ein 25 Quadratmeter großer Container zum Rettungsboot. Und er ist der Eigner dieses Bootes. Odovea ist mit seiner Kaffeeklappe der letzte Versorger seiner Art für die Hafenarbeiter. Da kannst du doch mal sehen, dass wir Hafenversorger sind. Der Unterschied ist, ganz einfach, hier holen sich die Trucker ihre eigenen, also ihre Kannen ab. Das heißt also, das ist außerhalb vom klassischen Imbiss. Richtig klassisch ist bei Odo sowieso wenig. Hier werden die Brötchen mit dem Malerspachtel geschmiert und der Umgangston ist so deftig wie die angebotene Hausmannskost. Die Frikadelle sieht zwar aus wie eine, heißt hier aber Knastpraline. Ich mache immer hier so drei Kilo. Da kann man ja ganz einfach ausrechnen. Das sind 250 Gramm Bröt, vier... Vier, was heißt? Nee, kann ja nicht sein. Ach, acht zu nachts schlafender Zeit kann man auch schnell mal was durch den Tüttel bringen. Aber um große Rechenkünste geht es hier in der Kaffeeklappe ja eh nicht. Das ist so der Ort, wo eigentlich alles anfängt und startet. Hier kann man mal fünf Minuten alles vergessen, was außerhalb vor der Tür ist. Das ist quasi eine Rehabilitation der eigenen Sinne und Nerven, die hier stattfindet. Das ist gut, weil, sag mal, früh um zwei, drei kannst du den Kaffee holen, kannst dir ein Frühstück mitnehmen, wenn du irgendwo hin willst unterwegs. Also, das ist schon natürlich ein Angebot, nicht? Also, damals waren wir mit mehreren Kollegen öfters hier. Da kam es schon mal öfters, da kam es Peste zum Schnacken auch. Und ja, besonders gut waren die Kommentare von Odo meistens, zum Beispiel zum ehemaligen Kollegen. So, was guckst du wie so ein kackenes Reh? Das war am besten. Nee, ist geil, ist geil. Es gibt ja nicht mehr viele. Früher kannst du dann jeden schuppen, kannst irgendwas essen, frühstücken. Ne? Günstig, günstig. So, aber nee, das ist wirklich Institution. Also, das ist wirklich, wirklich super. Stammgast David ist fast jeden Tag in der Kaffeeklappe, manchmal sogar mehrfach. Selbst das aktuelle Menü hat der Unternehmer und Anlagenbauer im Kopf. Da gibt es also auch immer einen Mittagstisch. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Diese Woche gab es Kartoffelsuppe. Ja. Und Angelika ist auch die, die immer Maggi kauft. So weit denken die anderen nicht. Aber was ist denn mit der Kartoffelsuppe heute los? Ist die alle? Jo, keine Ahnung, musst du Angelika fragen. Ja, gut, die kommt ja gleich, ne? Mit seinen zwei Angestellten Angelika und Tobi ist Odo im Hafen ein Unikat. Genau wie seine Kunden. In dem Mikrokosmos aus Leberwurst, Eibrot und Kartoffelsalat wird selbst der müdeste, mundfaulste Trucker noch munter gesabbelt. So einmal um den Leben hierher. Gib mir mal einen mit. Ich tippe, aber mach nicht nur so einen kleinen Petit Peu, ne? Ja, wunderbar. Ich schwör's dir, Digga, das ist es. Das ist es. Leberwurst mit Remoulade, das ist richtig gut. Eigentlich kommt noch eine kleine Scheibe Tomade mit drauf. Ja, das ist immer, du musst das erst probieren. Sieben Uhr morgens an den Landungsbrücken. Schichtbeginn für Barkassenbetreiber Hubert Neubacher. Er ist ebenfalls Stammgast in Odos Kaffeeklappe. Trotz Hamburger Schmuddelwetter und mieser Sicht, die andere Elbseite ruft. Wir holen Brötchen ab. Ich mach das ab und an für unsere Crew. Da, die sag ich, nutzt den Morgen, so wie jetzt auch. Und fahr dann mit der Barkasse los zu Odo, holen ein paar Brötchen ab. Das könnte ich natürlich auch auf dem Landweg machen. Aber wenn du Barkasse hast und fährst Richtung Anleger, ist das einfacher. Und natürlich stilechter. Nur noch 20 Minuten Elbfahrt trennen den gebürtigen Österreicher vom Brötchenglück. Mein Leben ist Hamburg seit 30 Jahren. Das Herz schlägt bei mir für den Hamburger Hafen. Und entsprechend bin ich hier schon sehr zu Hause, auch in Hamburg. Das ist auch ein bisschen verbindend im Hafen. Also Udo ist schon, also er und seine Kaffeeklappe. Das ist schon so eine Einrichtung, wo man sagen muss, ja, da gehen alle mal hin, da trifft man sich. Da trinkt man seinen Kaffee, holt sich ein Brötchen und dann tauscht man sich aus. Also das ist so ein bisschen Hafen-Connection, würde ich sagen. So, Moinsen. Hallo. Udo, mein Freund. Tag. Wie geht's dir? Ja, bestens. Und dir? Wie war die Nacht? Gut zu tun? Ja, anstrengend, ne? Ein kleiner Schnack zwischendurch ist immer drin, auch nach einer anstrengenden Nacht in der Kaffeeklappe. Udo, ich muss los. Ja. Von mir zählt die Uhr. Es hat mich gefreut, Uwe. Bis demnächst. Ja. Bis demnächst. Schönen Feierabend. Wir sehen uns. Und du einen schönen Tag. Danke, tschau. Bis dann. Tschüss. Arbeitsbeginn für den einen, Feierabend für den anderen. Zum Glück ist Odos Ablöser Angelika, die Frau für die Kartoffelsuppe, schon da. Für Udo Wehr geht es jetzt nach Hause. Aber nicht lange. Denn in ein paar Stunden öffnet er wieder mitten in der Nacht seine Kaffeeklappe, um den Hafen Hamburgs zu versorgen. Ein wenig stressig, wie er selbst meint, aber sabbel nicht dat geit, wie man in Hamburg sagt. Das ist ein wenig stressig, wie man in Hamburg sagt, wie man in Hamburg sagt, wie man in Hamburg sagt. Das ist ein wenig stressig, wie man in Hamburg sagt, wie man in Hamburg sagt, wie man in Hamburg sagt.